Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Poseidr und heute befinden wir uns auf einem bundescheinen HILFE 100 auf einer guten DATI Waffe. In Helle Dusen. Das muss man immer noch sehen. Genau, richtig. Was ihr, wen ihr da gerade gehört habt, ist Zoom. Ihr habt ja schon einmal ein österreichischer Ansager von ihm gehört. Und jetzt nochmal die Variante Nummer 2 auf meiner Lieblingskarte hier, auf HILFE 100. Schön eng, schön dicht, so wie ich es mag. Hast du von einem Tipp für das Video? Wir werden es mit Blutbad, Trauben und Tannenbaum. Was war das zweite Wort? Trauben? Tannenbaum. Ja, Tannenbaum. Blutbad, Trauben und Tannenbaum. Trauben. Was? Schaum? Ja. Kannst du auch. Blutbad, Schaum und Tannenbaum? Okay. Blutbad, Trauben, Trauben. Ach, Trauben, ah. Blutbad, Trauben und Tannenbaum. Ja, ey, das passt echt gut zu der Karte hier. Ja, das, das kennt alles. Ich glaube, das nehme ich, ey. Klingt gut, hm? Ja, ja, klingt gut, ja. Zweites, gutes Infovideo. Ja, das reicht eigentlich. Soweit wir reinkommen, tut das andere Team eh nicht. Zu 100 Prozent, ne? So, jetzt hat's nicht was. Ja, bis du mir gut kam, das ist jetzt. Bin mit dir mitgemacht. Jetzt sag ich noch. Oh, mein Berg kommt fast runter, ganz. Der Tod, der wollte ich. Hallo, wer da ist? Hallo, Schiftee. Hey, Schiftee. Ich hab grad ne Aufnahme an, also kein Quatsch machen. Die wurde sogar von Zoom-Döst-Persönlich angesagt. Mhm. Wollst du. Was zündig? Ja. So, also ein Kill hab ich zumindest gemacht. Das ist immerhin etwas. Der ist ein Truck, ne? Partitur. Er stirbt einfach nicht. Ich soll noch treffen. Er stand. Er stand. Er stand. Bergum lebt auf jeden Fall noch was. Ich glaub, das ist nämlich passiert. Vielleicht brauche ich ihn noch einfach rein. Okay. Der ist die Stimme. Der ist die Stimme. Der ist die Stimme. Der ist die Stimme. Im Hard-Caps sind ich schon zweimal in der Gräu. Sehr, sehr glücklich. Ichобрacht. Ich bin, dass da Name Bomben wird. Dann krieg ich Feuer raus. Wir haben im Sühnen einen Panzer gesertelt. Schiff hier hat es gerade verkackt einen Panzer zu sprengen. Aber Zoom! Ja komm, 200 Meter! Zwei Abhängen! Zwei Abhängen! Zoom! Ja! 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 Ich habe den H-Cap mit gerade einem Ausrüstung, wollte ich heute nicht gehabt haben. Oh! Oh Junge ey, die farben wirklich gut, wenn die Gräben im H-Cap. Ja, das ist das HTD Squad, was da drin ist bei H-Cap. Ah, geil! Natürlich? Ja, deine Jungs. Hast du die falsche Seite genommen? Nee, ich war jetzt auf der richtigen Seite. Die haben gezwitscht, das ist ein E-Watzlaff und so, die mag ich eh. Ne, äh, mag ich. Sorry ey. Ist ja okay, ist meine persönliche Meinung. Aber Schiffy. Schiffy, mach dir keinen Kopf, wenn Zoom die Ansage macht, dann sehen das maximal 1000, vielleicht 2000 Leute. Also ziemlich alle, die es in Teleflus gibt. Kann ich das irgendwo auf allen? Kann ich das befreien oder so? Ja, ja, kannst du. Ich teile es auch bei... Kann man Klips eigentlich machen bei dir bei YouTube, damit die Leute nicht das ganze Video anschauen müssen? Ja. Aber das ist gut. Warte, ich nehme es auch nochmal auf, damit ich es selber machen kann. Ja, das ist ja auch geil. An nordöstlicher Verteidigung eine Aufklärung. Also welchen Klang ist das nächstes? Ja, das Gute ist, man muss ja nicht jeden in einem Klaren mögen. Ich mag Forge auch nicht, ich spiel Tropfen mit ihm. Ist ja nur voll, ne. Ja, Kack noch, Schatz Kack noch. Okay, ich sag's ja noch. Ich bin hier die ganze Zeit aus dem Wald von irgendeiner. Keine Ahnung, wo der steht, irgendwo Richtung Ping. Ich muss mich nochmal erschießen, damit ich mal sehe, woher der Blitz kommt. Ja. Ja, 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 ja. Pinker und zwar auch einer, ne? Hinter dem Stein ist einer bei Pink. Ich bin hier. 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 Ja. Sagst du eigentlich so auf so Napoleonische Schiff und so oder? Nein, von Napoleonischen Schiff habe ich wirklich echt absolut gar keine Ahnung. Ja, ich müsste da auch ziemlich auf den letzten Zeitmerken. Das ist so eine andere, die noch runterging. Oh, Mann ey. Ich kann mich nicht rückwärts bewegen. Was ist das für ein Pronto? Du kannst vorwärts rüber laufen, aber nicht rückwärts, weil die Ebene eine andere ist. Gut. Was ist jetzt hier so still? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist alles weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt kommen wir zum Schluss. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich finde, Napoleonische Schiff, das wäre echt... Entschuldigung, ja? Napoleonische Kräger, ja? Nein. nicht dein gebiet meins ist es nicht so aber ich kenne ein paar kriege von napoleon ich bin ich mache eigentlich das hat eine figur die doch deutlich spielt ausgedacht oder wirklich historisch nachempfunden wirklich historisch nachempfunden von wem kann kein spiel 3d painting du musst hart am 3d drucken in dem einen video was ich habe kann man sogar ein oder kann man sogar seine außenposten sind ich glaube das habe ich sogar hochgelandet hier ja die habe ich schon ich wusste gar nicht ja ja danke ja ich habe nicht den bescheid gesagt ja 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 das war die ganze zeit auf der anderen seite das hatte nicht gut wie ich vorher dran aber das war nicht gut ich meinte auch immer das komplette htd-squat drüber haben wir 9 op da mussten sie ja mehr oder weniger letzte runde war in 6 minuten vorbei wir gleichen jetzt aus ok haben wir super etwa Nachrichten und Kommunikation wenn wir gespielt bekommen kann durchaus gut sein also ich habe geplant das man mit x-chat und komando-chat reden kann aber es scheint nicht so funktionieren kannst du mir gerne da rum basteln ne verstehe ich auch nicht alter oben am graben sind ein paar oben am graben ist noch ein zweiter bunkergraben sind mindestens zwei wo ist denn wo ist denn im graben oder außerhalb im graben war der kann ich aber überall hinlösen jetzt in der zeit Hauptein gut muss nur p stehen waren zwei sehr nah er hat irgendwo rum gestackt von diesem der 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 muss der eigentlich gar nicht denken Das ist gleich auch Problem okay wenn angekippt aus süden gegner greift aus süden sehr stark annäherung an wir müssen noch mal treffen hier scheint ein spawner zu sein ich hoffe der hat jetzt nicht den spawner gesaved ich lauf schnell hin ne der spawner ist weg den hat der panzer wahrscheinlich erwischt nachdem da hinten rauch ist würde ich jetzt gar nicht fett was wir die gar nicht tatsächlich abgebaut haben ah da ist auf dem commander ein feind lanzer markiert 2-3 hier in der reine kommen welche noch einer oder? ja ist das ein haufen laut aufklärer ist alles voll boah ist der bad auswäldchen nehmen wir noch einen steward ja der ist schon markiert der ist sogar da da ist übrigens die Setschle im haus ich stehe jetzt hier ich wollte schon das schieftige bräuchte sie mir in die munitionskiste hinstellen das wird super süß ich weiß nicht wie das geht ich bin hinter dem bist du hinter der forsch um ihm zu helfen die munitionskiste abzustellen dann geh ich mal ins 2er Zetschkin ach ich glaube unser täler ist gleich tot naja naja ich gucke aber die seh ich gucke aber die seh ich gucke aber die seh bitte gar nicht noch immer ne ne wir haben wir gerade ja was bringt den level von 100? im grunde genommen nichts nein aber es ist ein arschvoll arbeit den man dann auch erkennen kann ja das zeigt doch die skill den man halt genau spielt ich arbeite immer noch drauf hin also das ist noch nicht erreicht zum beispiel Reni geht um Vastloch ist besser als ich weil sie ja level von 100 sind sagt jeder ja alle sagen das Vastloch ist auch immer deutscher meister geworden ok ok naja stimmt ich habe jetzt noch rückenschmerzen da kann man schon im fänd gegen rum aber raus auf der anderen seite kam mir im fänd gegen rennen raus keine ahnung was das hier für ne ecke ist wenn wir hier immer mal feinde laufen ne auch ne nicht ne die 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 Da war ich einen Flasch mit dem Böden. Ich bin der Ball in Foto. 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 Nein, ach, so schlecht geht das. Mit einem Cap. Fischweg geht. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal umdrehen. Ja, meine Audio ist auch wieder komplett komisch. Sie ist Hallern. Wenn ich irgendwo reingelaufen bin, wo ich hätte nicht reinlaufen dürfen. Ich hoffe, ob ich es nicht mehr als nächstes war. Ich werde wieder rauskommen. Da ist alles gut. Ich bin ein Bedeut childbewerber. Ich bin ein Bedeut der Hand. Ich bin ein Bedeut der Hand. Tja, ich bin ein Bedeut. Ja, ich bin ein Bedeut. Ich bin ein Bedeut. Ich bin ein Bedeut. Oh, da kommt noch ein größerer Panzer. Nein. Nein. Falt und ich sag es. Das war auch für mich spielen. War schön mit anzuschauen. Hast du das gesehen, wie ich da oben in meiner Mund gesagt bin? Ich habe mich auch nicht wirklich bewegt. Gerade gut weggetötet, ey. Nicht gut. So ist es. Ich verstehe das auch nicht wirklich, das Spiel. Nein. Das waren zwei Gegner in Kirchweg dran. Zwei Stück. Bis jetzt hier stehen bleiben, oder? Kann ich weiterlaufen. Dann stehst du das Spiel nicht schon. Weil ich gerade so viel Hitmax gekriegt habe für die Leute. Im StG halt eben auch 25 Meter, ne? Und... Was? Ich weiß nicht. 4 Kills, glaub ich, kriegt. Oder 3. Du siehst also direkt, wie das StG oben ist. Haben die Leute Spawn und ich habe das Gefühl, haben sie neuerdings so eine Art Spawn Protection. Ja, eine kleine Hansa. Ja, das ist umbiegelt vom G-Gefahr. Und die sind für die G-Gefahr. E1 war da hinten. Neuerdings war jetzt besser. Rechner. P1 hat er nach hinten getan. Wollte Supplies dabei, okay. Ne, ne. Da hab ich gleich da. Das ist zu gut. Ich habe keine Ahnung, wo unser Team ist. Ich habe gar keine Ahnung, wo sind die alle hin? Ich. 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 Mach's. Im süden muss hier ganz viel los sein. Der Panzer schießt ja die ganze Zeit hartgeschossen. Da wird geschossen. Immer drin. Ich weiß schon nicht Taugen. Ich weiß schon nicht Taugen. Im süden rennt noch Nadine. Ja. Das auch. Ne, du... Du fährst vor uns. Hab ich nicht gesehen. Du bist vor uns zu... vor ne... ...beständig. Nein! Ich ziehe den zumindest einmal gar nicht Baut hier, Batsch. Ich habe es jetzt gerade gesehen, da haben sie einen Mist. Nix kommt, ne? Nö. Aufbauen. Okay, alles auf dem Besser. Ja, genau, genau, genau. Finde ich auch, Smoke? Nee, noch nicht, aber die noch Rückenfeld macht. Und dann nicht. Wenn ich den ganzen Tag Counter-Strike spiele, treffe ich definitiv schlechter den Held, was sei denn den ganzen Tag, ich habe zwei Runden heute gespielt oder drei. Geil. Ah, ja, geil. Ich glaube, da im Süden ist ein bisschen höher als ich dachte. Ich glaube, im Süden ist einfach alles da unten in der Ecke hinterm Panzer und im Punkt ist gar nichts mehr. Ja, ich glaube, so und ich bin der Herr, wenn man da nicht quasi den Punkt guckt. Wer hat jetzt Angst? Ja, ist schon wieder tot. Der Süden ändert mich komplett ab. Im Süden muss, muss die Hölle los sein. Doch auf Reichweiten, wo ich die schon wieder nicht sehen kann, rechts unten am Kartenrand. Ganz rechts unten muss noch einer sein. Der lebt noch, der hat da sauviele Bäume. Wo ist hier hinten? Ist der tot? Nein, 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 verdient noch. Da hinten wird eins von sein von uns. Auch von der Welt. Doch, der war tot, glaube ich. Ich habe ihn nicht gewischt. GG. Das war eine schöne Runde. Wem es gefallen hat, bitte lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.